hallo zusammen heute präsentiere ich monte christo burritos sind kleine zigarren fünf stück in eine pack werden in eine zelofanfolie geliefert schön sehen kann ist alles gut verpackt machen so das weiße verpackungskarton hat sehr schöne prägung die bischof monte christo ratten und kubanesil das wollen wir mal aufmachen ha 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 so die innenseite hat es auch eine bremung kann man auch schon sehen wie die bremung auch durch die oberfläche geht auf die innenseite die grelle sind im einzeln angepackten folien die grelle sind etwa elf zentimeter lang hat einen durchmesser von 11 mm angaben noch da kommt noch mal direkt auf na direkt rausgesprungen das ist ein ding na gut bei zigarellos wird wahrscheinlich nicht so viel wert nach die festigkeit des rings geachtet das ist natürlich bei so einer schmale zigarelle ist wahrscheinlich dass das abspringt auch sehr hoch wenn man auch sehen kann hat es so eine leichtwillige verarbeitung die oberkante noch klein wenig könnte ich aber im großen ganzen ist ein solide die zigareller auch damals soll es auf 20 minuten beziehen da bin ich gespannt Montecristo Moritos Montecristo Moritos Montecristo Moritos